Die Welt ist so ungerecht, nicht wahr? Zu mir auch, denn ich werde niemals König sein. Und du wirst die Sonne nie wieder aufgehen sehen. Hat deine Mutter dir nicht beigebracht, dass man mit dem Essen nicht spielt? Was willst du hier? Ich soll ankündigen, dass König Mufasa auf dem Weg hierher ist. Also hoffentlich kannst du erklären, wieso du die Zeremonie heute Morgen verpasst hast. Schäm dich, Sasu, jetzt hast du mir das Mittagessen verdorben. Ha, der König wird dir bestimmt etliches mehr verderben. Er tobt wie ein verschnupftes Nashorn. Oh, ich zittere schon vor Angst. Nein, Skar, sieh mich bitte nicht so an. Skar, spuck ihn aus. Perfektes Timing, Majestät. Siehe da, mein großer Bruder geruht sich herabzulassen und sich unter das Fußvolk zu mischen. Sarabi und ich haben dich übrigens bei der Zeremonie vermisst. War das etwa heute? Oh, wie ungehobelt von mir! Das muss mir glatt entfallen sein. Nun, tja, dir entfällt einiges in letzter Zeit. Als Bruder des Königs hattest du eigentlich in der ersten Reihe zu stehen. Eigentlich stand ich an erster Stelle, bis die kleine Nervensäge geboren wurde. Diese Nervensäge ist mein Sohn und dein zukünftiger König. Oh, ich muss meinen Hof knücksüben. Wage es ja nicht, mir den Rücken zu kehren. Oh, nicht doch, Mufasa. Pass lieber auf, dass du mir nicht den Rücken kehrst. Soll das eine Trauung sein? Bruder, ich bitte dich. Nicht mal im Traum könnte ich dich herausfordern. Wie schade, warum nicht? Bei der Verteilung der Intelligenz habe ich den Löwenanteil erhalten. Aber wenn es um rohe Gewalt geht, fürchte ich, dass ich mit den falschen Genen bestückt wurde. Ach, ein schwarzes Schaf gibt's in jeder Familie Hoheit. Und in meiner sogar zwei. Mit ihm wird jedes besondere Ereignis zum Fiasco. Was soll ich nur mit ihm anfangen? Sie könnten ihn mal als Bettvorleger ausprobieren. Sasu. Eine gute Idee. Und wenn er mal staubig ist, könnten Sie ihn ordentlich ausklopfen.